Hallo aus dem Handelshaus Steffen. Heute ist Freitag, der 3. März 2023. Unser aktueller Bestand hier oben in der Halle, eine 500 SL aus der ersten Serie R107. Dann eine top-restaurierte 82 SL Pagode. Wir haben ein G400 CDI Cabriolet, kurz natürlich. Im Top-Zustand aus Spanien. Wir haben einen 1303 LS, unrestauriert, aus zweiter Hand. Mit original Dach, original Sitzen, unglaublich guter Zustand. Dann einen teilrestaurierten 280 GE, auch aus Spanien. Toller Zustand, Flügeltüren hinten, sehr selten, 1980, einer der allerersten. Dann haben wir ein 220 S Ponton Coupé mit seltenem Schiebedach und rotem Leder. Einen VW T3, ein Multivan mit Westfalia Aufstelldach. Aus Spanien mit Top-Blech-Substanz. Auch wirklich ein tolles Auto. Alle Autos natürlich auch bei uns auf der Homepage hs-ultimer.de zu sehen. Am besten sich einmal einen Überblick verschaffen oder vorbeischauen. Ich freue mich. Schönes Wochenende. Danke und auf Wiederhören. Auch bei uns auf der Homepage hs-ultü. Vielen Dank.